Die KU ist auch in diesem Jahr wieder eine der beliebtesten Universitäten in Deutschland. Vielen Dank. Ich finde, dass es absolut verdient, dass die KU die Auszeichnung bekommen hat, weil diese Uni absolut einmalig meiner Meinung nach in Deutschland ist. Finde ich berechtigt, weil die KU ist einfach eine sehr schöne Uni, man hat einen schönen Campus. Man kommt schnell von A nach B und die Dozierenden sind einfach sehr nahbar und immer für einen da. Dass man hier immer ein offenes Ohr findet, egal ob es bei den Dozenten ist oder bei anderen Mitarbeitern. Dass man immer in allen Belangen unterstützt wird. Familiäre Atmosphäre, gutes Lernklima und dass man einfach direkt am Campus ist und direkt loslegen kann. Dass es einfach so viele Möglichkeiten am Campus gibt. Ich schätze die Vielfältigkeit an Fächern und Disziplinen, die ich erkunden kann. Ich finde, die KU ist sehr individuell. Offen, grün und einfach schön. Die KU bedeutet für mich Zusammenhalt und Teamgeist und einfach immer Spaß mit den tollsten Menschen. Vielfältig, individuell und bemerkenswert. Familiär und einfach besonders. Weltoffen, vielseitig. Ich freue mich, dass die KU auch dieses Jahr wieder unter den Top Universitäten ist, gerade auch als Studierendenvertreterin. Das bestätigt quasi noch mal, wie gut die Lehre und Forschung hier funktioniert, wie gut der Zusammenhalt funktioniert und wie vielfältig die KU ist. Wir als Studierendenvertretung hoffen natürlich auch, dass in den nächsten Jahren die Universitätsleitung sich weiterhin mit uns für unsere Belange einsetzen wird. Ja, wir freuen uns sehr, dass wir schon seit vielen Jahren zu den Top Universitäten Deutschlands gehören. Das bestätigen ja auch viele Rankings und jetzt auch wieder die Study-Check-Platzierung. Ich denke, das liegt daran an dem besonderen Charakter der KU. Die KU ist wirklich einmalig und einzigartig. Wir haben ein besonderes Verhältnis zwischen Dosierenden und Studierenden. Wir pflegen einen offenen Austausch und wir bemühen uns auch immer wieder, die Qualität hochzuhalten. Wir sehen auch wahnsinnig viele verschiedene Talente bei den Studierenden. Sie bringen sich intensiv ins Studium ein und das zeichnet die KU aus.